Am 5. Februar 1999 ging bei der Polizei eine Vermisstenanzeige für die 21-jährige Lindsay Wilson ein. Die Beamten befragten sofort ihren Ehemann, der behauptete, sie habe ihn und die Kinder verlassen und sei mit einem anderen Mann durchgebrannt. Die Eltern der jungen Frau waren jedoch überzeugt, dass sie so etwas nie tun würde. Daraufhin begannen die Ermittler mit einer Untersuchung, in deren Verlauf sie die ungeheuerlichen Einzelheiten der Geschehnisse in dieser Familie in Erfahrung bringen konnten. Lindsay Wilson wurde im Jahr 1997 in England in einer Großfamilie geboren. Sie war das jüngste Kind von Linda und Peter und sie hatte fünf Geschwister. Die Familie Wilson hatte einander sehr lieb, obwohl sie sich nicht besonders nahe standen. Lindsay war ein Mensch, der sowohl nach innen als auch nach außen strahlte. Sie war schön, hatte ein umwerfendes Lächeln und eine interessante Persönlichkeit. Ihre Mutter beschrieb sie als fröhliche und aufgeschlossene junge Frau, die immer freundlich, aber gleichzeitig auch schüchtern und zurückhaltend war. Lindsay geriet nie in Schwierigkeiten und war unabhängig. Als Kind war sie eine typische Teenagerin, die sich gerne schminkte, Musik hörte und Zeit mit Freunden verbrachte. In einem Punkt unterschied sie sich jedoch von ihren Altersgenossen. Lindsay träumte davon, Personalreferentin zu werden. Doch im Jahr 1995, im Alter von 17 Jahren, musste Lindsay ihren Traum aufschieben, da sie in einer Beziehung mit ihrem ersten Freund war, schwanger wurde und beschloss, ein Kind zu bekommen. Die jungen Leute verlobten sich, aber in den ersten Monaten der Schwangerschaft spürte das Mädchen, dass sie die Beziehung nicht fortsetzen sollte und beschloss, sie zu beenden. Einige Wochen später lernte Lindsay Mitchell Kwai kennen, einen Mann, der drei Jahre älter war als sie und als Groupier in einem Casino arbeitete. Er war nicht besonders attraktiv, aber seine Ausstrahlung bezauberte das Mädchen. Und sie verliebte sich sofort in ihn. Mitchell schien der perfekte Mann zu sein. Er überschüttete sie mit Zuneigung und Aufmerksamkeit. Lindsay dachte, sie würde die Schwangerschaft und die beginnende Mutterschaft ohne einen Partner überstehen, was ihr in ihrem jungen Alter Angst machte. Doch als sie Mitchell kennenlernte, dachte sie, sie hätte den perfekten Partner gefunden. Wenige Wochen nach ihrer ersten Begegnung verlobten sie sich und zwei Wochen später, am 1. August 1995, heirateten sie. Im Gegensatz zu Lindsay hatte Mitchell eine kleine Familie und nur sein Bruder war bei der Hochzeit dabei. Obwohl die Wilsons Zweifel an der überstürzten Heirat hatten, sahen sie, dass ihre Tochter so glücklich war, dass sie beschlossen, sie zu unterstützen. Irgendwann während der Hochzeitsfeier begannen die frisch Vermählten zu streiten. Peter, der Vater der Braut, bemerkte dies und war besorgt über das Verhalten seines Schwiegersohns, entschied aber, dass es an seiner Nervosität wegen des bevorstehenden Umzugs liegen könnte. Sechs Wochen nach der Hochzeit brachte Lindsay ihre Tochter Robin zur Welt und war überglücklich darüber. Sie liebte sie sehr und war eine wunderbar fürsorgliche Mutter. Doch leider war im Leben der jungen Mutter nicht alles in Ordnung. Lindsay war verzweifelt und erzählte ihrer Schwester und ihrer Freundin, dass Mitchell ihr gegenüber aggressiv und sehr kontrollierend geworden war. Darüber hinaus erfuhr sie, dass er sie mit mehreren Frauen betrogen hatte. Im Laufe der Zeit begann Mitchell, sich Lindsay gegenüber noch aggressiver zu verhalten. Ein Jahr nach Robins Geburt erfuhr Lindsay, dass sie wieder schwanger war, aber es erschien ihr unklug, in einem so ungünstigen Umfeld ein weiteres Kind zu bekommen und sie beschloss, die Schwangerschaft nicht fortzusetzen. Als Mitchell von der Entscheidung seiner Frau erfuhr, wurde er wütend, schlug Lindsay schwer und verließ das Haus. Der Mann verließ oft das Haus, um sie nach einem Streit zu manipulieren, kehrte aber bald wieder zurück. Obwohl seine Abwesenheit diesmal länger war, kam sie fünf Monate später wieder zusammen und er versprach, sich zu ändern. Jedes Mal, wenn sich das Paar nach einem Streit wieder versöhnte, begann die Phase der Flitterwochen. In den ersten Wochen nach seiner Rückkehr versuchte Mitchell, seine Wut zu zügeln und sich wie der Mann zu verhalten, in den sich Lindsay verliebt hatte. Er war zärtlich und aufmerksam zu ihr und ein liebevoller Vater für Robin. Während sie diesen neuen Waffenstillstand erlebten, wurde Lindsay wieder schwanger. Diesmal beschloss sie, die Schwangerschaft fortzusetzen. Doch Lindsay merkte bald, dass ihr Mann immer noch ein Monster war. Eines Nachmittags, als sie im vierten Monat schwanger war, kehrte Lindsay nach Hause zurück und fand ihre Wohnung in einem Chaos vor. Unter anderem waren Türen aufgebrochen und ein Fernseher aus dem Fenster geworfen worden. In einem Anfall von Wut zerstörte Mitchell das, was sie sich so hart erarbeitet hatten. Und sie wurden obdachlos, weil der Vermieter beschloss, sie rauszuwerfen. Lindsys Angehörige waren entsetzt und behaupteten, dass er ihr das Leben genommen hätte, wenn sie in der Nähe gewesen wäre. Sie ließ sich jedoch nicht abschrecken und beschloss, ihre Beziehung mit ihm fortzusetzen. Im Oktober 1997 brachte das Paar sein erstes gemeinsames Kind, Jack, zur Welt. Lindsay war glücklich mit ihren Kindern, die ihre emotionale Zuflucht vor den immer häufigeren und intensiveren körperlichen Misshandlungen und Aggressionen ihres Mannes wurden. Nach einem Streit im April 1998 verließ Mitchell sie erneut und Lindsay dachte, dies sei die endgültige Trennung. Um zu verhindern, dass er sie fand, beschloss sie, mit den Kindern an einen anderen Ort zu ziehen. Sie hatte große Angst und fürchtete um ihr Leben. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Frau ihn bereits bei den Behörden angezeigt. Lindsay konnte sich mit ihren beiden Kindern niederlassen und nach langer Zeit wieder Kontakt zu Familie und Freunden aufnehmen. Denn während sie mit Mitchell zusammen war, hatte er es geschafft, sie von den Menschen um sie herum zu isolieren. Ihr neues Zuhause wurde mit Blick auf die Kinder gestaltet. Es war voll von Spiel und Ruhe. Es bestand kein Zweifel daran, dass die einzige Priorität der jungen Frau ihre geliebten Kinder waren. Trotz ihrer Erfahrung mit Mitchell zögerte Lindsay jedes Mal, wenn sie sich in seiner Nähe befand. Als Jacks erster Geburtstag näher rückte, bestand der Vater des Jungen darauf, ihn zu sehen, und sie gab schließlich nach. Lindsay sagte ihren Eltern nichts davon, da sie der Situation bereits überdrüssig waren. Wahrscheinlich schämte sie sich zu sehr und hatte Angst, wieder kritisiert zu werden und sich zu entfremden. Ihr Versuch, die Eltern davor fernzuhalten, hielt nicht lange an, und als sie davon erfuhren, waren sie enttäuscht und unglücklich. Sie waren verblüfft über Lindsys Entscheidung, sich wieder auf diese gefährliche Beziehung einzulassen. Infolgedessen distanzierten sich ihre Eltern von ihr. Nicht nur, weil sie verärgert waren, sondern auch, um den Kontakt zu Mitchell zu vermeiden. Eine von Lindsys Schwestern namens Paula kommunizierte jedoch weiterhin mit ihr. Am 22. Oktober 1998 gingen sie gemeinsam zum Abendessen aus. An diesem Tag bat Lindsay Paula ihr dabei zu helfen, Mitchell aus ihrem Leben zu streichen, aber sie lehnte ab, weil sie das schon einmal getan hatte, und Lindsay am Ende immer wieder zu ihm zurückkam. Nachdem sie das Restaurant verlassen hatten, fuhr Paula ihre Schwester zu ihrer Wohnung. Dort angekommen, bat Lindsay ihre Schwester auf einen Kaffee mit in die Wohnung zu kommen. Paula lehnte zunächst ab, da sie nicht im selben Raum wie Mitchell sein wollte. Schließlich willigte sie jedoch ein. Beide Frauen befanden sich in der Küche, die mit dem Wohnzimmer verbunden war, und als Mitchell auf dem Sofa saß, starrte er Paula so intensiv an, dass sie sich durch sein Verhalten bedroht fühlte. Als Lindsay ihre Schwester zu ihrem Auto begleitete, nutzte sie die Gelegenheit, um ihr einen Zettel zu überreichen, auf den sie eine Bitte geschrieben hatte, ihr zu helfen, von dort wegzukommen. Paula erzählte ihrer Mutter von dem Zettel, und obwohl sie sich Sorgen um Lindsay gemacht hatten, seit sie ihnen von Mitchells Angriff erzählt hatte, wollten sie sich nicht einmischen. Am 11. Dezember besuchte Lindsay mit ihren beiden Kindern ihre Familie und verbrachte den ganzen Tag dort. Sie erzählte ihnen, wie sehr sie sich auf die Feiertage freute und wie glücklich ihre Kinder waren. Am 24. Dezember versuchte Lindsys Mutter Linda, sie zu kontaktieren, da sie ihre Enkelkinder zu Weihnachten sehen wollte, erhielt aber keine Antwort. Daraufhin beschlossen Lindsys Eltern, zum Haus des Paares zu fahren, aber der Mann selbst ging zu den Schwiegereltern, um Geschenke für die Kinder zu holen, und teilte ihnen mit, dass Lindsay ihren Umzug vorbereite. Es vergingen mehrere Tage, und man hörte nichts von der Frau, bis sie am 5. Februar 1999 von einer Sozialarbeiterin als vermisst gemeldet wurde, die mehrfach erfolglos versucht hatte, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Im Zusammenhang mit der Anzeige befragte die Polizei Mitchell, der verzweifelt aussah und angab, seine Frau sei über Weihnachten verreist und habe ihn mit den beiden Kindern allein gelassen. Die Beamten wunderten sich unter anderem darüber, dass er das Verschwinden von Lindsay nicht ihren Verwandten mitgeteilt hatte. Mitchell leugnete jede Beteiligung am Verschwinden seiner Frau, aber die Ermittler und ihre Familie waren überzeugt, dass er log. Es gab jedoch keine Beweise gegen ihn. Die Ermittler erkannten, dass die Zeit gegen sie spielte. Es waren über 50 Tage vergangen, seit jemand anderes als der Ehemann berichtet hatte, Lindsay gesehen zu haben. Die Polizei ordnete Ausgrabungen im Garten und auf dem Gelände rund um das Haus an, die jedoch keine Hinweise erbrachten. Bald darauf rief Mitchell die Medien an, um seine Version der Geschehnisse zu erzählen. In verschiedenen Interviews stellte er sich als Vater dar, der mit seinen beiden Kindern verlassen worden war und auf die Rückkehr seiner Frau wartete und sie anflehte, zurückzukommen. Mitchell behauptete, Lindsay sei mit einem unbekannten Mann gegangen, ohne sich zu verabschieden. Er sagte auch, dass er ursprünglich dachte, sie würde wegen der Kinder zurückkommen, aber offenbar kümmerte sie sich nicht mehr um sie. Keiner von Lindsays Angehörigen glaubte diese Geschichte. Sie waren sich sicher, dass die Frau niemals beschlossen hätte, Robin und Jack zu verlassen. Obwohl Mitchell der Hauptverdächtige in Lindsays Verschwinden war, wurde er eingeladen, an einem Dokumentarfilm teilzunehmen, der gedreht wurde, während die Ermittler versuchten, den Fall zu lösen. Das audiovisuelle Team beobachtete den Mann bei seinen täglichen Verrichtungen, bei der Interaktion mit seinen Kindern und sogar mit den Verwandten seiner Frau und sammelte seine Aussagen zu den Ermittlungen und den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Abgesehen von den Worten deutete seine Körpersprache nicht darauf hin, dass der Mann litt, während er auf die Rückkehr seiner Partnerin wartete. Mitchell schien es zu genießen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Bei mehr als einer Gelegenheit wirkte er jedoch verärgert und gab wütende Antworten auf eine direkte Frage, ob er die Mutter seiner Kinder getötet habe. Bei einer dieser Gelegenheiten schüttelte er den Kopf und antwortete, dass er die Frage nicht beantworten werde, da dies nicht nötig sei. Nach monatelangen Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass Mitchell Lindsays Sozialhilfescheck eingelöst hatte, indem er ihre Unterschrift fälschte. Diese Entdeckung führte zu seiner Verhaftung wegen des Verdachts auf Mord an seiner Frau, Anstiftung zur schweren Körperverletzung und Betrug. Aufgrund mangelnder Beweise konnten die Behörden Mitchell jedoch nur wegen des Einlösens von Schecks anklagen, die anderen Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Er wurde mit einer Strafe in Form von gemeinnütziger Arbeit aus der Haft entlassen. Während der Verbüßung seiner Strafe wurde Mitchell auf Video aufgenommen, wie er sich über die Arbeit, die er verrichten musste, beschwerte und abfällige Bemerkungen über seine Frau machte. Unter anderem erklärte er, dass er nicht auf sie urinieren würde, wenn sie in Flammen stehen würde. Eine Redewendung, die er gegenüber Menschen verwendete, die er hasste. In den Monaten nach Lindsays Verschwinden holte ihr Vater Peter seine Enkelkinder wöchentlich ab, um weiterhin mit ihnen in Kontakt zu bleiben und sie zu beschützen. Zu diesem Zeitpunkt war es unvermeidlich, dass er dem Mann, von dem er glaubte, dass er ihm seine Tochter weggenommen hatte, von Angesicht zu Angesicht begegnete. Jedes Mal lud Mitchell ihn zu sich ein, aber Peter lehnte ab. In einem Interview erwähnte Lindsays Ehemann diese Treffen und sagte, er bewundere in gewisser Weise, dass Peter eine solche Beziehung zu ihm aufrechterhalten habe, obwohl er für das Verschwinden seiner Tochter verantwortlich gemacht wurde. Er sagte auch voraus, dass sein Schwiegervater eines Tages vor seiner Tür stehen und sich dafür entschuldigen würde, dass er ihn verdächtigt hatte. Peter konnte sich nicht beruhigen und nahm sich vor, seine Tochter zu finden. Er hängte nicht nur nach der Arbeit Plakate in der ganzen Stadt auf, sondern ging auch in verschiedene Stadtteile und grub den Boden nach ihrer Leiche um. Alle Familienmitglieder waren davon überzeugt, dass Lindsay unfreiwillig gegangen war und ihr Mann ihr Leben genommen hatte. Gleichzeitig behauptete Mitchell sogar, sie beim Spazierengehen in der Stadt oder am Steuer eines Mercedes gesehen zu haben, aber die Behörden bezweifelten diese Aussagen. Wann immer Mitchell im Fernsehen auftrat, gab es gemischte Reaktionen. Im Allgemeinen konnten sich viele Menschen nicht in ihn hineinversetzen. Der Mann war ihnen unangenehm, seine Bitten, Lindsay nach Hause zu holen, schienen nicht aufrichtig zu sein und er lächelte ständig. Mitchell war sich deutlich bewusst, dass er im Fadenkreuz der Polizei stand und behauptete vor laufender Kamera, die Ermittler seien geradezu besessen von ihm und würden Frauen befragen, mit denen er ausgegangen sei. Der mit dem Fall betraute Ermittler Joff Slovan entdeckte, dass in Lindseys Terminkalender mehrere Verabredungen verzeichnet waren, zu denen sie nicht erschienen war. Darunter ein Friseurtermin und ein Zahnarztbesuch. Außerdem hatte die Frau einen Termin mit einem Scheidungsanwalt vereinbart, den sie am 15. Dezember 1998 wahrnehmen sollte, zu dem sie ebenfalls nicht erschien. Erst am Tag zuvor, am 14. Dezember, war Lindsay zuletzt auf dem örtlichen Postamt gesehen worden, wo sie Informationen über einen verlorenen Sozialhilfescheck gesucht hatte. Slovan war überzeugt, dass sie nach dieser Besorgung nach Hause zurückkehrte, ihren Mann zur Rede stellte und ihm sagte, sie wolle die Scheidung, woraufhin er ihr das Leben nahm. Alles deutete darauf hin, dass Lindsay das Opfer eines Verbrechens war. Die Ermittler waren der Meinung, dass sie genügend Indizien für einen Fall hatten und beschlossen, Mitchell am 7. Juni des Jahres 2000 zu verhaften. Er beschloss zu schweigen, aber nach 36 Stunden brach er schließlich zusammen. Am 8. Juni gestand er, Lindsay getötet zu haben. Sein Geständnis bestätigte den Verdacht der Ermittler. Am 14. Dezember 1998 nahm Lindsay schließlich den Mut zusammen, Mitchell aus ihrem Leben zu streichen, und obwohl sie dies nicht vorhatte, teilte sie ihm mit, dass sie einen Termin mit einem Anwalt vereinbart hatte, weil sie die Scheidung wollte. Mitchell wurde wütend und packte die Frau, während die Kinder oben waren am Hals, und ließ sie so lange nicht atmen, bis sie starb. Als er seine grausame Geschichte fortsetzte, sagte Mitchell, er brauche einen Plan, wie er die Leiche entsorgen könne. Der Täter beschloss daraufhin, seinen Bruder Elliot, der Metzger war, anzurufen und ihn zu bitten, ihm bei der Beseitigung der Leiche zu helfen. Elliot traf sofort im Haus des Paares ein. Er hatte eine Metallsäge, einen Hammer, einen Schraubenzieher und einen Teppichschneider dabei. Was dann geschah, war wie aus einem Horrorfilm. Um die Leiche zu verstecken, zerstückelte Mitchell das Opfer selbst, wickelte die Überreste in Säcke, um sie vor den Kindern zu verbergen, und entfernte sie aus dem Haus, ohne Verdacht zu erregen. Anschließend entsorgte er sie an verschiedenen Orten, damit sie nicht gefunden werden konnten. Nachdem er ein Geständnis abgelegt hatte, führte Mitchell die Polizeibeamten zu den Orten, an denen er die Leichenteile entsorgt hatte. Selbst als er durch die Stadt fuhr und zeigte, wo die Leichenteile seiner Opfer lagen, fühlte sich Mitchell wohl. Er wusste, dass die Medien hier waren und lächelte immer wieder. Vielleicht gefiel es ihm, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, obwohl er wusste, was die Zukunft für ihn bereithielt. Sein Verhalten brachte ihm den Spitznamen »Lächelnder Mörder« ein. Lindseys Oberkörper lag in einem flachen Grab in der Nähe der Achterbahn im Freizeitpark Pleasure Island. Ihre Füße wurden an einem Eisenbahndamm gefunden, aber ihr Kopf und ihre Hände wurden nie gefunden. Mitchell sagte, er habe sie in einen Müllcontainer geworfen und sie seien auf eine Mülldeponie gebracht worden. Der Prozess gegen Mitchell begann 2001 vor dem Liverpool Crown Court. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Angeklagte sein Geständnis auf fahrlässige Tötung geändert. Der Staatsanwalt Andrew Addis argumentierte, dass die Ehe von Mitchell und Lindsay war voller Gewalt. Er hob die rücksichtslose Art und Weise hervor, mit der der Mann das Leben seiner Frau beendete, auch wenn die Kinder zu Hause waren, und seine Respektlosigkeit ihr gegenüber, indem er ihre Überreste an verschiedenen Orten entsorgt hatte, unter anderem in einem Müllcontainer. Andrew Addis beschrieb ihn als einen gewalttätigen Kriminellen, der es genoss, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Einer der eingeladenen Zeugen war der Ermittlungsbeamte Geoff Slovan, der die Ansicht der Staatsanwaltschaft teilte, dass Mitchell großen Gefallen am Umgang mit der Presse fand. Er sagte, Mitchell habe ihm während der Ermittlungen eine Weihnachtskarte mit einer Flasche Haarfärbemittel und einem Zettel geschickt, auf dem stand, er solle seine grauen Haare loswerden, um selbstbewusster zu sein. Bei der Urteilsverkündung sagte Richter Brian Liebison, Mitchell sei ein böswilliger Zyniker, der die Öffentlichkeit irregeführt habe. Er sagte, er habe seine Frau im Affekt angegriffen, aber was er danach getan habe, sei etwas ganz anderes. Der Richter führte aus, dass der Angeklagte 18 Monate lang ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver durchführte, sich bei den Medien über die Abwesenheit seiner Frau beschwerte und die Polizei beschimpfte, weil sie ihren Verdacht auf ihn lenkte. Im Januar des Jahres 2001 wurde der 25-jährige Mitchell Quay schließlich des Mordes ersten Grades für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Allerdings mit der Möglichkeit der Bewährung in nicht weniger als 17 Jahren. Als der Verurteilte den Gerichtssaal verließ, brach im Publikum ein Applaus aus. Mitchells Bruder Elliot erschien in einem separaten Verfahren vor dem Gericht. Der Verteidiger argumentierte, sein Mandant habe sich in einem schrecklichen Dilemma befunden. Elliotts unmittelbare Reaktion auf das Bitten seines Bruders sei gewesen, zur Polizei zu gehen, aber Mitchell habe ihm gesagt, dass er das nicht tun könne, da er sonst ins Gefängnis käme und seine Kinder verliere, also habe er beschlossen, ihm doch zu helfen. Elliot wurde für seine Beteiligung am Verstecken der Leiche zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Am 29. September 2006 entdeckten Polizeibeamte in der Kirche des Heiligen Patrick in Glasgow, Vereinigtes Königreich, die Leiche einer jungen Frau. Sie ahnten nicht, dass dieses Verbrechen nur die Spitze des Eisbergs war, dessen Untersuchung sie auf die Spur eines der skrupellosesten Serienverbrecher des Landes brachte. Peter Britton Tobin wurde am 27. August 1946 in Johnston, Schottland geboren und war das jüngste von acht Kindern seiner Familie. Schon von früher Kindheit an zeigte Peter einen schwierigen Charakter. Deshalb schickten ihn die Eltern im Jahr 1953 im Alter von sieben Jahren auf ein Internat. Aber das hat offenbar nichts genützt, denn später wurde er in eine Erziehungseinrichtung gesteckt, obwohl nicht bekannt ist, aus welchen Gründen. Am Ende dieser Zeit zog er nach Brighton, England. Zu dieser Zeit begann Peter eine Beziehung mit der 17-jährigen Margaret Mountney. Das Mädchen, das als Schreibkraft arbeitete, war von seiner anziehenden Persönlichkeit geblendet und im August 1969 heirateten sie. Doch schon bald stellte sich heraus, dass Peter gewalttätig, kontrollierend und missbräuchlich war. Als wäre das nicht genug, wurde der Mann auch noch mit kriminellen Handlungen in Verbindung gebracht und ein Jahr später wurde er in England wegen Diebstahls und Fälschung verurteilt und inhaftiert. Daraufhin beschloss Margaret, sich von ihm scheiden zu lassen. Im Jahr 1973 heiratete Peter Sylvia Jefferies, eine 30-jährige Krankenschwester aus der Gegend. Auch sie war von seinem unwiderstehlichen Charme hingerissen. Im selben Jahr bekamen die beiden ihren ersten Sohn, den sie Ian nannten, und ein Jahr später ein Mädchen, Claire, das aber leider kurz nach der Geburt starb. Auch Sylvia wurde Opfer von Peters Übergriffen und so verließ sie ihn im Jahr 1976 und nahm ihren kleinen Sohn mit. Jahrzehnte später, in seinen frühen 40ern, war Peter bereit für eine neue Beziehung. Diesmal war seine auserwählte Kathy Wilson. Mit ihren 16 Jahren war Katie verletzlich, unschuldig und beeinflussbar. Es fiel ihm nicht schwer, eine Beziehung mit ihr einzugehen. Sie zogen zunächst zusammen und bekamen bald das einzige Kind, Daniel. Sie heirateten im Jahr 1989 und zogen dann nach Schottland. Es war eine schwierige Zeit für Kathy. Ihr Mann ließ sie nicht mehr ausgehen und versuchte, jeden ihrer Schritte zu kontrollieren. Auch seine Gewalttätigkeit nahm ein beträchtliches Ausmaß an. Daraufhin fasste die junge Frau ihren Mut zusammen und konnte Ende der 90er Jahre mit ihrem Sohn fliehen. Es ist nicht bekannt, ob Kathys Weggang der Grund dafür war, dass die schlimmsten Eigenschaften des Mannes zum Vorschein kamen, aber es ist ziemlich klar, dass Peter von diesem Zeitpunkt an mit dem Schlimmsten, was er hatte, in die Welt hinausging und bereit war, viel Böses zu tun. Leider kreuzte sich sein Lebensweg mit dem Leben eines hübschen Mädchens namens Vicky Hamilton. Vicky wurde im Jahr 1976 in Schottland geboren und war das zweite Kind in der Familie von Michael und Janet Hamilton, einem Ehepaar, das bereits ein Erstgeborenes hatte, eine Tochter Sharon. Und später kamen Lee und Lindsay. Es kam jedoch zu ernsthaften Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Paar und die beste Entscheidung war die Scheidung. Vicky, Lee und Lindsay wurden in der Obhut ihrer Mutter zurückgelassen, mit der sie nach Südlondon ziehen mussten, während die älteste Tochter in Bathgate blieb. Diese Entfernung hinderte Vicky und Sharon jedoch nicht daran, ihre frühere enge Verbindung aufrechtzuerhalten. Als Vicky 15 Jahre alt wurde, beschloss Sharon, dass dies eine gute Gelegenheit für ihre Schwester sei, den Schritt in die Unabhängigkeit zu wagen, nachdem sich Jugendliche sehnen. Nachdem das 15-jährige Mädchen für ein Wochenende nach Schottland gereist war, sollte sie zu ihrer Mutter zurückkehren. Es war die erste Reise, die sie jemals allein mit dem Bus unternommen hatte. Für Sharon war es ein kleines, aber bedeutungsvolles Abenteuer. Am Samstag, dem 9. Februar 1991, gingen die Schwestern einkaufen und unterhielten sich ununterbrochen. Der Sonntag war nicht anders als jeder andere Tag, außer dass Vicky wegen der Reise sehr nervös war. Der Abend des 10. Februars war kalt und verschneit. Vicky vergewisserte sich, dass sie genug Geld hatte, um den Fahrpreis zu bezahlen, und überprüfte zusammen mit ihrer Schwester ein letztes Mal die Strecke, die der Bus nehmen würde. Dann umarmten sie sich innig. Das Mädchen stand an der Bushaltestelle und naschte eine Packung Chips gegenüber der Polizeiwache. Und genau dort, während sie auf den Bus wartete, kreuzte sich ihr Weg mit dem von Peter. Er zerrte Vicky gewaltsam in sein Auto, vergewaltigte sie und tötete sie dann, entweder um sie davon abzuhalten, ihn anzuzeigen, oder aus reiner Böswilligkeit. Er behielt die Handtasche des Mädchens. Als Vicky nicht bei ihrer Mutter ankam und sich nicht meldete, machte sich die Familie verzweifelt auf die Suche nach ihr und alarmierte gleichzeitig die Behörden über ihr nicht erscheinen. Als die Polizei begann, das Verschwinden zu untersuchen, wurde Vickys Gesicht zu einem der bekanntesten in Schottland und die Suchaktion zu einer der größten überhaupt. Während der Fall in Schottland für Aufsehen sorgte, beschloss Peter in den Südosten Englands zu reisen, genauer gesagt nach Margate, wo er sich in einem schönen Haus mit Garten niederließ und Vickys leblosen Körper dorthin brachte. Dort verpackte Peter ihre Leiche in Säcke und versteckte sie unter einer sorgfältig gegossenen Betonschicht, die er dann mit Erde bedeckte. Die Nachbarn dachten damals, er hätte einen Sandkasten für seinen kleinen Sohn gegraben, der in diesem Jahr drei Jahre alt wurde. Er war nach Margate gekommen, um eine Zeit lang bei seinem Vater zu sein. Der Name des Mannes tauchte bei den ursprünglichen Ermittlungen zum Verschwinden von Vicky nie auf. Da die Polizei keine Hinweise auf ihren Verbleib fand, dachte sie, sie sei wahrscheinlich weggelaufen. Sie vermuteten, dass sie aufgrund der Scheidung ihrer Eltern ein unglückliches junges Mädchen war. Ihre Theorie des freiwilligen Abgangs wurde am 21. Februar 1991 bestätigt, als Vickys Brieftasche in Edinburgh in der Nähe des Hauptbusbahnhofs gefunden wurde. Peter, der den Behörden immer einen Schritt voraus war, hatte diese falsche Spur gelegt und sein Ziel erreicht, indem er die Ermittlungen völlig umstellte. Die Ermittler suchten zwei Monate lang vergeblich nach ihr in London. Es ist bekannt, dass Vickys Mutter kurz darauf starb. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts, als ihre Familie und Anwohner den Fall weiterverfolgten, nahm die Polizei mehr als 7000 Namen in ihre Akten auf. Sie nahm fast 4000 Aussagen auf und erstellte fast 500 Dokumente und 380 potenzielle Beweisstücke. Aber das alles führte in eine Sackgasse und schließlich wurde der Fall eingestellt. Das nächste Mädchen, das das Pech hatte, Peter über den Weg zu laufen, war Dinah McNichol, das aus Essex stammte. Sie hatte einen Bruder und drei Schwestern. Ihr Vater war Jazzmusiker und ihre Mutter war viele Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mit ihren 18 Jahren war Dinah ein guter Mensch, ein glückliches Mädchen und eine wunderbare Freundin. Sie hatte gerade die Schule abgeschlossen und hatte große Hoffnungen für ihre Zukunft. Einerseits wollte sie ein Jahr Urlaub nehmen, vielleicht um zu reisen und andererseits wollte sie studieren. Doch derzeit war noch nichts sicher, denn obwohl Dinah sich beworben hatte, hatte sie von keiner Hochschule eine Antwort erhalten. Am ersten Augustwochenende 1991 besuchte das Mädchen ein Musikfestival in Hampshire. Dort lernte sie den jungen David Tramlett kennen. Zwischen den Tänzen stellten sie fest, dass sie sich mochten. Am Sonntag, dem 4. August, verbrachten sie die Nacht zusammen in einem Zelt. Am nächsten Tag half Dinah ihm, das Zelt abzubauen und sie vereinbarten, dass jeder von ihnen nach Hause trampen würde. Da aber ein Teil der Strecke gleich war, reisten sie gemeinsam. Müde und glücklich machten sich die jungen Leute auf den Weg, um zu trampen. Da erschien Peter und bot ihnen an, sie mitzunehmen. David stieg zuerst aus und Dinah schrieb sich seine Telefonnummer auf, bevor sie sich von ihm verabschiedete. Als sie sich allein mit dem unbekannten Fahrer befand, sollte das Mädchen die Hölle erleben. Am Montag, dem 5. August 1991, machte er dasselbe wie mit Vicky. Dinahs Taschentuch diente als Mundknebel. Nachdem er das Verbrechen begangen hatte, hob Peter an Geldautomaten in Hampshire und Sussex Geld vom Bankkonto des Mädchens ab. Als ihre Angehörigen sahen, wie jemand Geld von Dinahs Konto abhob, dachten sie sofort, es sei jemand anderes und dem Mädchen sei etwas zugestoßen. Ihre Verwandten wussten, wie sorgfältig sie jeden Pfennig sparte und dass sie dieses Geld entweder für Reisen oder für ihre weitere Ausbildung verwenden wollte. Tage und Wochen vergingen und das Schlimmste für die Familie war, in Ungewissheit zu leben. Und auch wenn es niemand laut aussprach, waren sich alle sicher, dass etwas Schreckliches passiert war. Wäre Dinah noch am Leben, wäre sie längst nach Hause gekommen oder hätte angerufen, um den Grund ihrer Abwesenheit zu nennen. Was Peter betrifft, so verließ er Margate und ließ sich später, im Jahr 1993, in Hampshire in einer Mietwohnung in Leak Park nieder. Er begründete dies damit, dass er näher bei seinem jüngsten Sohn sein wollte. Am 4. August wollten zwei 14-Jährige eine Frau aus der Gegend besuchen, aber die gesuchte Person war nicht zu Hause und sie beschlossen, andere Nachbarn zu fragen, ob sie sie gesehen hatten. Daraufhin klopften sie an die Tür von Peter. Der Mann sah eine einmalige Gelegenheit und lud sie in seine Wohnung ein, um auf die gesuchte Person zu warten. Als sie sahen, dass der fünfjährige Sohn des Mannes in der Wohnung war, hielten sie ihn für eine freundliche Person und stimmten zu, die Wohnung zu betreten. Es gibt aber auch eine andere Version über die Gründe für dieses Treffen, das nicht zufällig war. Die beiden Mädchen kamen zu Peters Haus als Antwort auf eine Anfrage des Mannes nach einem Babysitter. Sie vertrauten ihm, denn als sie ankamen, sahen sie seinen Sohn und blieben, um auf ihn aufzupassen. Alle sind sich einig, dass Peter sie, als das Kind eingeschlafen war, fesselte, mit einem Messer bedrohte und sie zwang, Alkohol zu trinken. Dann schlug er sie und vergewaltigte sie, wobei eines der Mädchen schwer verletzt wurde. Gerade als sie dachten, dass ihr Leben in den Händen dieses extrem gewalttätigen Mannes enden würde, wachte glücklicherweise der Junge auf. Er rettete sie vor dem tödlichen Schicksal, das Vicky und Deiner wiederfuhr. Um zu verhindern, dass sein Sohn erfährt, was geschehen war und was für ein Vater er war, beschloss der Mann, die Wohnung mit dem Kind zu verlassen. Einigen Berichten zufolge verließ Peter die Wohnung gegen zwei Uhr nachts. Doch zuvor drehte er in der Küche das Gas auf, in der Hoffnung, seine ungeheuerliche Tat zu beenden. Die Mädchen kamen jedoch wieder zu sich und konnten entkommen. Sie gingen zur Polizei und erstatteten Anzeige wegen aller Misshandlungen, die der Täter begangen hatte und die sie detailliert beschrieben. Zur gleichen Zeit brachte Peter das Kind zu seiner Mutter zurück und schloss sich unter falschem Namen der Jesus Fellowship, einer religiösen Sekte in Coventry, an. Er hoffte dort unbemerkt zu bleiben. In der Zwischenzeit veröffentlichten die Medien sein Foto, das ihnen von der Polizei zur Verfügung gestellt worden war und sein Gesicht wurde weithin bekannt. Infolge dieser massiven Medienberichterstattung trafen immer mehr Informationen über den Mann ein und ein Auto, das ihm gehörte, wurde identifiziert. Durch das BBC Crime Watch Programm wurde er entdeckt und nach 40 Tagen auf der Flucht in Brighton gefasst. Am 18. Mai 1994 erschien er vor Gericht, wo er sich der sexuellen Nötigung und des unsittlichen Angriffs auf zwei junge Mädchen schuldig bekannte und zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Peter verbüßte jedoch nicht die gesamte Strafe, da er 2004 entlassen wurde. Unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kehrte er nach Schottland zurück und versuchte, dem Land fern zu bleiben, in dem sein Name in das Register für Sexualstraftäter eingetragen wurde. Seine Spur verlor sich für einige Zeit, bis er 2006 unter falschem Namen und in der Gestalt eines Bettlers an die Tür der Kirche des heiligen Patrick in Glasgow klopfte. Um nicht aufzufliegen, nahm er den Namen Pat McLaughlin an. Dennis und Kathy Curran, ein Ehepaar aus einer kirchlichen Hilfsgruppe, werden nie die Nacht vergessen, in der ein Bettler sie auf der Suche nach einer Unterkunft ansprach. Trotz seines wehrlosen Aussehens hatte Kathy ein ungutes Gefühl bei dem Mann. Peter war katholisch erzogen worden und fühlte sich in dieser Kirche bald wohl. Außerdem war seine offensichtliche Bettelei eine sehr funktionale Tarnung, da er bei den Gemeindemitgliedern nur Mitleid erregte und abgesehen davon nur wenige Leute ihn beachteten. Daher konnte er sich in der Kirche frei bewegen, die für ihn das perfekte Versteck darstellte. Seine räuberische Natur war jedoch immer noch intakt und der Aufenthalt an einem heiligen Ort hatte für ihn keinen Wert. Er berechnete jeden seiner Schritte und zeigte sich bereit, sich an den Reparaturen zu beteiligen, die die Kirche benötigte. Nach etwa sechs oder sieben Wochen bat er den Priester, ihn als Wartungsarbeiter einzustellen. Zu dieser Zeit suchten Menschen in Not oder in finanziellen Schwierigkeiten gewöhnlich Unterschlupf in Kirchen. Auf diese Weise lernte Angelika Kluck-Peter kennen. Angelika war eine 23-jährige junge Frau aus Polen, die im Sommer 2006 nach Schottland gekommen war. Sie wollte die Ferien nutzen, um zu arbeiten, etwas Geld zu verdienen und sich ein Sprachstudium in ihrem Land finanzieren zu können. Zu dieser Zeit wohnte die junge Frau im Gemeindehaus der Kirche des heiligen Patrick, wo sie auch als Reinigungskraft arbeitete. Sie gefiel dem Peter sofort und ohne dass er es wusste, gelang es ihm, Angelika zu überreden, ihm gelegentlich bei allgemeinen Arbeiten zu helfen. Am Sonntag, dem 24. September 2006, half Angelika ihm mehrere Stunden lang beim Streichen der Scheune. Einige Gemeindemitglieder sahen sie zusammen. Irgendwann griff Peter sie hinten in der Kapelle an. Die 47-jährige Lika Brown und ihr Mann, der 46-jährige Andrew, hörten die Schreie der Frau durch die offenen Fenster ihres Hochhauses mit Blick auf die Kirche. In ihrer späteren Aussage beschrieb Lika das Geräusch als einen kurzen Schrei und sagte, es habe sich angehört, als ob jemand gewaltsam zurückgehalten würde. Es war so unheimlich, dass sie von der Couch aufstand und zum Fenster ging, aber sie konnte nichts sehen. Der Schrei, den die Browns hörten, kam, als Peter die junge Frau, die mit dem Rücken zu ihm stand, überrumpelte. Er schlug auf sie ein und zerrte sie in den hinteren Teil der Kapelle, wo er sie weiter verprügelte. Nachdem sie das Bewusstsein verloren hatte, vergewaltigte er sie und stach dann mehrmals auf sie ein. Peter versteckte die Leiche im Keller unter dem Boden neben dem Beichtstuhl. Zu diesem Zeitpunkt war Angelika noch am Leben. Einige Stunden vergingen und die Gemeindemitglieder bemerkten das Fehlen der Frau. Zu diesem Zeitpunkt erzählte Dennis seiner Frau Kathy von dem ungewöhnlichen Verschwinden. Die Polizei nahm sofort Ermittlungen auf und befragte nacheinander die Gemeindemitglieder. Bei diesen Gesprächen stellte sich heraus, dass die letzte Person, die alle mit Angelika gesehen hatten, Peter war, allerdings in der Gestalt von Pete, einem Bettelmann. Er wurde schließlich zum Hauptverdächtigen und die Beamten gingen zu ihm, um ihn zu befragen, fanden aber keine Hinweise, sodass sie das Verschwinden weiter untersuchten. Peter wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis man die Leiche fand und ihn erwischte. Also floh er nach London. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Detective David Swindle den Ermittlungen angeschlossen und war zu dem Schluss gekommen, dass es sich nicht um ein einfaches Verschwinden handeln konnte. Schließlich, am 29. September 2006, entdeckten die Behörden die Leiche in der Kapelle. Diese Nachricht schockierte die britische Öffentlichkeit, insbesondere wegen des Ortes, den der Täter gewählt hatte, um die Leiche zu verstecken. Angesichts der Verletzungen, die die junge Frau erlitten hatte, vermutete Detective David, dass der Täter nicht zum ersten Mal gehandelt hatte. Aber er wusste noch nicht, wie grausam der Mann war, den er aufspüren und hinter Gitter bringen musste. Doch schon bald erwarteten sie Neuigkeiten. Die an den Tatorten und an der Leiche gefundene DNA stimmte mit der eines Mannes aus der Nationalen Datenbank der britischen Kriminalpolizei überein. Dann erfuhren sie, dass es sich bei dem gesuchten Mann um Peter Tobin handelte, dessen Fingerabdrücke ebenfalls am Tatort gefunden wurden. Der erste Schritt der Behörden bestand also darin, sein Bild in den Medien zu veröffentlichen und landesweit zu verbreiten. Sein Bild wurde auch an das Such- und Fahndungsteam weitergeleitet. Darüber hinaus setzte sich die schottische Polizei mit der Londoner Polizei in Verbindung und es wurden Fahndungsmaßnahmen im gesamten Vereinigten Königreich eingeleitet. In der Zwischenzeit versuchte Peter, der sich in London aufhielt, sich an einem Ort zu verstecken, von dem er annahm, dass er nicht gefunden werden würde. Er meldete sich im Krankenhaus und gab vor, ein Herzproblem zu haben und Schmerzen in der Brust und Schwäche in der linken Körperhälfte zu haben. Der Mann sagte, er sei Sanitäter und gab seinen Namen als James Kelly an. Er wurde von Dr. Nick Losso untersucht, der mehrere Tests durchführte. Doch etwas in seinem Gesicht und seinem Auftreten gab dem Arzt ein ungutes Gefühl. Zunächst schaute er sehr verunsichert in die Augen, was für einen Patienten ungewöhnlich war. Als die Tests dann keine körperliche Ursache für die Schmerzen, die er angab, ergaben, vermutete der Arzt, dass etwas nicht stimmte. Seine Zweifel wurden von einer Krankenschwester bestätigt, die Peter auf einem Foto erkannte, das in den Medien verbreitet worden war. Daraufhin verständigten sie und der Arzt die Polizei. Am 30. September wurde der Polizeibeamte Alan Muire in das Londoner Krankenhaus geschickt. Peter wurde auf eine Station gebracht und Alan sprach dort mit ihm. Der Mann wurde sofort verhaftet. Obwohl er zunächst nur wegen Verstoßes gegen die Registrierungsbedingungen für Sexualstraftäter angeklagt wurde, konnten die Beamten mit dieser Strategie Zeit gewinnen, um ein Gerichtsverfahren gegen ihn vorzubereiten. Die von Polizeiteam unter der Leitung von Detective David gesammelten Beweise führten dazu, dass Peter Ende März 2007 wegen der Straftat an Angelika vor Gericht gestellt wurde. Trotz aller Beweise, die gegen ihn vorlagen, bestritt der Mann, der Frau Gewalt angetan zu haben. Um sich von der Vergewaltigung freizusprechen, behauptete er jedoch, dass die beiden einvernehmlich intim miteinander umgegangen sein. Peter bestritt auch, gegenüber der Polizei und dem Krankenhauspersonal falsche Angaben gemacht zu haben. Nach einem sechswöchigen Prozess erwiesen sich seine Lügen und Manipulationen als erfolglos, denn er wurde für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe mit der Möglichkeit der Bewährung nach 21 Jahren verurteilt. Man sollte meinen, dass die Behörden damit zufrieden sein würden, aber Detective David und sein Team waren überzeugt, dass an Peters Geschichte noch mehr dran war. Während der Prozess lief, recherchierten die Detectives Peters Leben, sammelten weitere Beweise und stellten ein Dossier zusammen, an dem alle Strafverfolgungsbehörden des Landes beteiligt waren. Um Angelikas Fall nicht zu schaden oder zu stören, beschlossen sie jedoch, ihre Arbeit vertraulich zu behandeln. Die gemeinsame Polizeiaktion war unter dem Namen Anagram bekannt. Und ein Teil der Arbeit bestand darin, Fälle von vermissten Personen mit Peters Aufenthaltsort in Verbindung zu bringen. Bei dieser Suche konnten die Ermittler zwei genaue Verbindungen herstellen. Eine in Bathgate und die andere in Margate. Einige Wochen später wurde Peters altes Haus an der Küste durchsucht und man fand ein Messer mit DNA-Proben auf dem Dachboden. Aber sonst gab es dort nichts. Dann suchten sie das Haus auf, in dem der Mann in Margate lebte und dort hatten sie keinen Zweifel, dass sie es mit einem Serientäter zu tun hatten. Die Ermittler gruben im Garten des Hauses einen Sandkasten aus, den der Mann für seinen Sohn angelegt hatte. Dort fanden sie die Leiche einer Frau und als sie ihre Suche an derselben Stelle fortsetzten, fanden sie eine weitere Leiche. Am Fundort wurde auch eine Handtasche der Frau gefunden, die das Team für eine DNA-Analyse aufbewahrte. Während die Gerichtsmediziner versuchten, die beiden Opfer zu identifizieren, ihr Alter und das mögliche Todesdatum zu bestimmen, analysierten sie auch die am Tatort gefundene Handtasche. Sie wies sehr starke genetische Spuren auf, aber es gab keine Übereinstimmungen in der nationalen DNA-Datenbank. Doch am 1. Juni 2007 stimmte die DNA mit Peters Fingerabdruck überein. Dies war ein entscheidender Durchbruch und die Beamten hielten es für notwendig, in diese Richtung zu ermitteln. Am 14. November 2007 bestätigten die Behörden, dass es sich bei einer der Leichen um Vicky Hamilton handelte, die mit 15 Jahren auf ihrer ersten Alleinreise verschwunden war. Ihre Familie wartete 16 Jahre lang auf eine Antwort. Später wurde bekannt gegeben, dass es sich bei der zweiten gefundenen Leiche um die 18-jährige Diner McNichol handelte, die nach einem Konzertbesuch nach Hause getrampt war. Am 1. September 2008 setzte sich die Staatsanwaltschaft mit Peters Anwälten in Verbindung und beschuldigte ihn des Mordes an Vicky, woraufhin er vor Gericht gestellt wurde. Beamte mussten Vickys Vater Michael zurückhalten, nachdem er Peter persönlich gesehen hatte. Wie er später zugab, wollte er in diesem Moment nur, dass der Mann wusste, dass er da war, um für den Namen seiner Tochter einzustehen und ihr Andenken zu verteidigen. Nach einem einmonatigen Prozess wurde Peter am 2. Dezember 2008 des Mordes an Vicky für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Dainas Prozess fand im Dezember 2009 statt. Nachdem die Verteidigung keine Beweise zur Unschuld ihres Mandanten vorlegen konnte, befanden die Geschworenen Peter am 16. Dezember des Mordes für schuldig. Er hielt daraufhin seine dritte lebenslange Haftstrafe. Am 12. Dezember 2018 ging Laura Luelmo wie jeden Tag ihren alltäglichen Beschäftigungen nach. Plötzlich, nach 16.20 Uhr, konnte man sie nicht mehr erreichen. Die Polizei leitete sofort eine Untersuchung ein, in deren Verlauf sie eine Reihe von grausamen Fakten herausfand, die es ihr ermöglichten, das Geheimnis des Verschwindens der jungen Lehrerin zu lösen. Laura Luelmo wurde in den 90er Jahren in der Stadt Zamora im Nordwesten Spaniens geboren. Sie war die Tochter von Maria Teresa Hernandez, einer Beamtin, und Jose Angel Luelmo, einem Agraringenieur. Sie hatte zwei Geschwister namens Violetta und Angel. Nach dem Abitur studierte Laura an der Universität Salamanca Bildende Kunst und arbeitete in der Nationalbibliothek. Dann reiste sie über den Atlantik nach Mexiko und schrieb sich an der Uni Autonoma de Puebla ein, wo sie an der Fakultät für Geisteswissenschaften studierte. Lauras Mitstudenten beschrieben sie als ein sehr fröhliche, lustige und intelligente junge Frau, das leicht eine gemeinsame Sprache mit allen fand. Als sie in ihre Heimatstadt Zamora zurückkehrte, widmete sie sich ihrer Berufung, Kinder zu unterrichten. In der zweiten Hälfte des Jahres 2018 trat sie als Aushilfslehrerin in das Kollegium der Schule Nostra Signora del Rocio im Nordwesten der Stadt ein. Sie war sehr engagiert und gewann die Liebe aller ihrer Schüler. Am Ende des Schuljahres hatte sie die Möglichkeit, eine weitere Vertretungsstelle am Institut Vasquez Díaz in der Stadt Nerva anzutreten. Aus diesem Grund zog sie Anfang Dezember 2018 in ein Hotel in der Nähe des Instituts, bis ein Kollege ihr ein kleines Haus in El Campillo, fast 9 Kilometer von der Stadt Nerva entfernt, vermietete. Als Laura am Montag, dem 9. Dezember 2018, in das Haus in der Calle Cordoba in El Cabillo einzog, hätte sie nie gedacht, dass dies der letzte Ort sein würde, an dem sie wohnen würde. Als sie sich in dem Haus einrichtete, bemerkte sie etwas, das ihr Unbehagen bereitete. Ihr Nachbar auf der anderen Seite der Straße, ein ein paar Jahre älterer Mann namens Bernardo, fiel ihr auf. Sie bemerkte, dass er jedes Mal, wenn sie das Haus verließ, um zu arbeiten oder einzukaufen, an der Tür oder am Fenster stand und sie aufmerksam anstarrte. Am 12. Dezember ging Laura wie üblich zur Arbeit. Bernardo war wieder da und beobachtete sie. Sie kam zur Arbeit und der Tag verlief wie immer. Als der Unterricht vorbei war, stieg sie in ihr blaues Auto und fuhr zu ihrem Haus in El Campillo. Bernardo stand wieder vor dem Haus und beobachtete sie. Sie schrieb ihrem Freund Theofilo Jiménez eine SMS, um ihm von der Situation zu berichten, aber er hatte keine Zeit, ihr zu helfen. Laura erzählte Theofilo, dass sie spazieren gehen würde, um so lange wie möglich von ihrem Nachbarn weg zu sein. Es vergingen ein paar Minuten und um 16.20 Uhr schrieb sie ihrem Freund erneut eine SMS, in der sie ihm mitteilte, dass sie nicht wisse, ob sie spazieren gehen solle oder nicht, da es zu windig sei. Es ist jedoch bekannt, dass Laura das Haus verließ, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Danach ging sie in einen Supermarkt, wo sie einige Dinge kaufte. Dann hatte die Frau keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen und Freunden. Lauras Abwesenheit wurde schnell bemerkt, als sie nicht zur Arbeit erschien. Ein Kollege, der das Haus an die Frau vermietet hatte, rief sie an, aber sie ging nicht ans Telefon. Beunruhigt über dieses seltsame Schweigen, meldete der Lehrer Lauras Verschwinden der Polizei. Der Vater von Laura tat dasselbe und meldete das Verschwinden der Tochter bei der nationalen Polizeistation in Zamora, da er sie nicht erreichen konnte. Auf Drängen von Lauras Kollegin schickte die Polizei einen Streifenwagen in die Cordoba-Straße. Nachdem sie sich die Schlüssel vom Vermieter geholt hatten und betraten sie das Haus, konnten aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Dennoch durchsuchten sie die Räumlichkeiten, gingen aber leer aus. Als die Beamten das Haus, das Laura gemietet hatte, durchsuchten, kam Bernardo Montoya, der Nachbar der Frau, aus seinem Haus. Die Beamten fragten ihn, ob er seine Nachbarin in den letzten Stunden gesehen habe, und er antwortete, dass er nicht einmal wisse, wer sie sei, dass er nicht wisse, wer in dem Haus wohne, dass er kaum aus dem Haus gehe und kaum Kontakt zu seinen Nachbarn habe. Deshalb habe er auch keine Ahnung, wo Laura sein könnte. Die Polizei hatte zunächst keinen Grund, an Bernardos Aussage zu zweifeln. Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt einen Korb mit Bettdecken in den Händen trug, hätte ruhig gehen können. Die Beamten hegten jedoch einen leichten Zweifel. Es schien ihnen, dass er etwas nervös war. Als sie zur Wache zurückkehrten, beschlossen sie, den Hintergrund des Mannes zu überprüfen und fanden heraus, dass Bernardo Montoya ein umfangreiches Vorstrafenregister hatte und erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden war. Wie die Ermittler herausfanden, fiel es dem Mann schwer, sich an die Gesellschaft anzupassen. Er und sein Zwillingsbruder Luciano wurden am 13. Oktober 1968 in Katalonien geboren, aber sie zogen mit ihren Eltern nach Katigen. Als Kind stand Bernardo seinem Zwillingsbruder sehr nahe und gemeinsam kämpften sie mit Gleichaltrigen, schummelten und spielten verletzende Streiche. Einmal, als sie noch in der vierten Klasse waren, setzten die Brüder ein Klassenzimmer in Brand. Diese problematischen Tendenzen verschwanden auch im Erwachsenenalter nicht, sondern nahmen im Gegenteil ernstere Formen an. So trennten sich Bernados Frau, die Mutter seiner beiden Kinder, von ihm als Folge seiner Gewalttätigkeiten. Außerdem ist bekannt, dass Bernardo seit seinem 22. Lebensjahr drogenabhängig war und nach verschiedenen Straftaten im Alter von 30 Jahren bereits in schwerere Gewalttaten verwickelt war. Die erste dieser Taten ereignete sich am Ende des Jahres 1995. Bernardo Montoya sollte sich wegen eines Einbruchs in ein Haus und einer Körperverletzung, die er einige Monate zuvor begangen hatte, vor Gericht verantworten. Mitte Dezember sollte eine 72-jährige Frau namens Cecilia als Zeugin aussagen. Aus Angst, dass sie ihn beschuldigen würde, betrat Bernardo Montoya am 13. Dezember desselben Jahres das Schlafzimmer der Frau, wo er sich versteckte und auf sie wartete. Als es dunkel wurde, kam der Angeklagte hinter der Tür hervor, stürzte sich auf Cecilia und fügte ihr, nachdem er sie überrascht hatte, sechs Messerstiche in den Hals zu, an denen sie starb. Dies brachte ihm jedoch nicht die Freiheit, sondern eher das Gegenteil. Die Polizei verfolgte ihn weiter und holte ihn um Weihnachten herum ein. Zwei Jahre später, am 5. November 1997, wurde er des Mordes und der Behinderung der Justiz für schuldig befunden. Zusätzlich zu den bereits gegen ihn erhobenen Vorwürfen wurde er zu 17 Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Obwohl Bernardo's Verhalten in der Öffentlichkeit gewalttätig war, verhielt er sich im Gefängnis wie ein vorbildlicher Gefangener. Aus diesem Grund wurde er im Jahr 2008 für einige Tage beurlaubt. Doch anstatt diese Zeit zu nutzen, um sie mit seiner Familie zu verbringen, kehrte er zu kriminellen Aktivitäten zurück. Bernardo bedrohte eine 27-jährige Frau, die mit ihrem Hund Gassi ging, mit einem Messer und stach dann auf sie ein. Glücklicherweise überlebte sie, die Polizei erwischte ihn, und er erhielt ein zusätzliches Jahr Gefängnis für diese Tat. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, im folgenden Jahr 2009 erneut Urlaub zu bekommen. Diesmal nutzte er ihn nicht, um ein Verbrechen zu begehen, sondern um zu fliehen. Bernardo Montoya kehrte danach nicht mehr ins Gefängnis zurück, und es vergingen zehn Monate, in denen niemand wusste, wo er war. Die Polizei hat ihn nie gefunden. Bernardo selbst meldete sich freiwillig im Gefängnis, um wieder aufgenommen zu werden, und erhielt dafür ein Jahr und ein paar Monate zusätzlich zu seiner Strafe. Mit all dem endete die Strafe von Bernardo im Jahr 2015, aber seine Freiheit dauerte nicht lange. Neun Monate später kam er erneut ins Gefängnis, diesmal wegen zweier gewalttätiger Raubüberfälle. Er verbüßte seine Strafe von 2016 bis 2018, und im November 2018, nachdem er seine Haftstrafe verbüßt hatte, zog der Mann nach El Campillo. Aufgrund all dieser Informationen wurde Bernardo als Verdächtiger in Bezug auf Lauras Verschwinden angesehen. Die Behörden wussten nicht, womit sie es zu tun hatten. Entführung, Mord, Freiheitsberaubung. Sie wussten nicht, was vor sich ging. Ob Lauras Entführer ein Lösegeld fordern würde oder nicht, blieb letztlich ungewiss. Da Bernardo Montoya der einzig mögliche Verdächtige war, durften sie ihn nicht aus den Augen lassen. Die Beamten organisierten eine kleine Aktion vor Lauras Haus. Sie gaben vor, das Haus der vermissten Frau im Auge zu behalten, aber in Wirklichkeit wollten sie Bernardo Montoya im Auge behalten. Sie wollten jedoch nicht, dass die Nachbarn darüber sprachen, und sie wollten nicht, dass er davon erfuhr. Aber Bernardo hatte bereits einen Verdacht, und eines Abends nach Lauras Verschwinden am 13. Dezember rannte er aus dem Haus und kehrte nicht zurück. Einer der Nachbarn sah ihn gehen und meldete ihn der Polizei, die ihn jedoch nicht fassen konnte. Am Tag nach der Flucht besuchte Bernardo das Krankenhaus. Er besuchte auch eine Frau im Gefängnis, mit der er eine Liebesbeziehung hatte. Die Polizei betrat erneut das Haus der Frau, um es zu durchsuchen, dieses Mal jedoch in Begleitung ihres Vaters und ihres Freundes. Sie kannten ihre Sachen gut und konnten feststellen, ob etwas fehlte. Tatsächlich fehlten die Turnschuhe und Hosen sowie das Handy und die Schlüssel. Diese Dinge bestätigten die Hypothese, dass der Laura beim Spazierengehen etwas zugestoßen war. Die Suche wurde daher am Nachmittag des selben Tages verstärkt. Am Morgen des 15. Dezember griffen die Ermittler auf die Geolokalisierungsdaten von Lauras Handy zu. Dank dieser Daten konnten sie feststellen, dass sie sich am Nachmittag des 12. Dezembers in der Nähe ihres Hauses aufgehalten hatte und dass das letzte Signal ihres Handys um 9 Uhr abends von einer Antenne in der Gegend von El Campillo empfangen worden war. Am frühen Morgen des nächsten Tages begannen Spezialisten und Freiwillige mit der Suche in einem Umkreis von 5 Kilometern um das Dorf. Dabei wurden Hubschrauber, Hunde und sogar Polizeibeamte eingesetzt. Am Nachmittag fanden die Behörden das Auto von Bernardo Montoya, einen schwarzen Alfa Romeo, am Haus seines Vaters. Mit Hilfe von Überwachungskameras verfolgten die Beamten den Verdächtigen, der mit seinem Fahrzeug zum Haus eines anderen Verwandten in einer anderen Gemeinde reiste. Am 16. Dezember wurde eine zweite Suchaktion durchgeführt, diesmal 10 Kilometer um El Campillo herum, mit mehr Polizei, mehr Freiwilligen und mit wesentlich mehr Ressourcen. An diesem Tag ging das Suchteam unwissentlich in die Nähe von Lauras Leiche, fand sie aber nicht. Am nächsten Tag wurde im gleichen Umkreis eine neue Suche durchgeführt. Um 12.30 Uhr fand ein Freiwilliger Kleidung auf einem Feld und meldete dies. Etwa 200 Meter von diesen Kleidern entfernt lag der halbnackte Körper von Laura Luelmo, der verschiedene Spuren von Gewalt aufwies. Nur dank einer Tätowierung auf ihrem Oberkörper konnte sie schnell identifiziert werden. Spezialisten trafen mit einem Hubschrauber aus Madrid ein und führten eine erste Untersuchung der Leiche und des Tatorts durch. Die Ermittler waren überzeugt, dass Laura den Fundort nicht allein zu Fuß erreicht haben konnte. Die Leiche wurde geborgen und um halb sieben Uhr morgens in das forensische Anatomische Institut in Huelva gebracht. Der Fund von Lauras Leiche an diesem Ort war etwas beunruhigend, da das letzte Signal ihres Telefons viele Kilometer entfernt in der entgegengesetzten Richtung empfangen worden war. Die Ermittler fahndeten weiter nach dem einzigen Verdächtigen und brachen in den frühen Morgenstunden des 18. Dezembers in das Haus von Bernardo ein, wozu sie ein Fenster einschlagen mussten. Nach einer mehrstündigen Durchsuchung waren die Ermittler überzeugt, dass es sich um einen Tatort handelte, insbesondere aufgrund mehrerer Blutflecken, die in dem Zimmer gefunden wurden. In der Zwischenzeit, gegen Mittag, folgte eine weitere Gruppe von Polizeibeamten dem Auto von Bernardo Montoya. Er fuhr durch die Stadt Huelva und nahm dann den Weg zurück nach El Campillo. Als er eine Straße erreichte, die in ein Waldgebiet führte, bemerkte er, dass er verfolgt wurde. Daraufhin beschloss er, aus dem Auto auszusteigen und zu fliehen, indem er von der Straße abbog und ins Grüne rannte. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd mit der Polizei wurde Bernardo Montoya von den Behörden festgenommen und zu einem ausführlichen Verhör auf die Wache gebracht. Nachdem er mehrere Stunden lang unter Druck gesetzt worden war, zu sagen, was er über Lauras Mord wusste, gestand der Mann schließlich. Er bestätigte, dass er am Tag ihres Verschwindens bei ihr gewesen war, bestritt aber, sie getötet oder vergewaltigt zu haben. Bernardo sagte, er sei am 12. Dezember dort gewesen und habe Laura gesehen. Sie kam auf ihn zu und fragte ihn, wo der Supermarkt sei. Er zeigte ihr den Weg, der aber in Wirklichkeit eine Falle war. Dieser Weg führte sie in eine Sackgasse. Als die Frau sich an diesem Ort befand, nutzte Bernardo die Gelegenheit und griff sie an. Er schlug ihr auf den Kopf und machte sie bewusstlos. Dann fesselte er ihr die Hände auf dem Rücken, legte sie in den Kofferraum seines Wagens und deckte sie mit einer Decke zu. Bernardo fuhr dann zu einem verlassenen Ort und holte Laura, die immer noch bewusstlos war, aus dem Kofferraum des Wagens. Er trug sie zu einem Feld und beschloss, sie zu entkleiden. Der Mann wollte sie angeblich vergewaltigen, sagte aber, er könne das nicht, weil er an Erektionsstörungen leide. Bernardo behauptete, er habe Laura halbnackt, aber bewusstlos zurückgelassen und sie sei noch am Leben gewesen, als er ging. Dieses Geständnis war jedoch für die Ermittler angesichts der vorliegenden Beweise nicht glaubwürdig. Zum einen wurden im Wohnzimmer von Bernardo's Haus Blutspuren gefunden. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits analysiert worden und es wurde nachgewiesen, dass die DNA von Laura stammte. Darüber hinaus wurden im Haus verschiedene genetische Spuren gefunden, die sowohl von ihm als auch von Laura selbst stammten. Außerdem ergab die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche des Opfers, dass Laura tatsächlich vergewaltigt worden war und Bernardo's DNA an ihrem Körper gefunden wurde. Als zusätzliche Information ist zu erwähnen, dass laut der ersten gerichtsmedizinischen Untersuchung Lauras Tod zwei bis drei Tage nach ihrem Verschwinden eintrat. Dies stand ebenfalls im Widerspruch zu Bernardo's Aussage. Hinzu kamen die Telefonsignale von seinem und von Lauras Telefon. Sie bestätigten auch, dass die Ereignisse in der Gegend stattfanden. All dies deutete darauf hin, dass es in der Nähe der Häuser geschah. Ein weiterer Beweis für Lauras Anwesenheit im Nachbarhaus waren einige Artikel, die sie vor dem Angriff im Supermarkt gekauft hatte. Für die Ermittler waren Bernardo's Lügen nichts anderes als ein Weg, um eine Anklage wegen Gewaltanwendung sowie eine Anklage wegen Mordes zu entgehen, die zu einer lebenslangen Haftstrafe hätte führen können. Ein Oberstleutnant der zentralen Einsatzabteilung der Zivilgarde namens Jesus sagte, Bernardo Montoya sei sehr impulsiv gewesen und ein unorganisierter Mörder, der dachte, die Ermittler könnten ihn nicht in die Geschehnisse hineinziehen. Der Fall wurde weiter untersucht und löste einige Kontroversen aus und im Januar 2019 wurde eine zweite gerichtsmedizinische Untersuchung von Lauras Leiche durchgeführt, bei der festgestellt wurde, dass bei der ersten Untersuchung der Tag und die Uhrzeit des Todes nicht korrekt bestimmt worden waren. Die neue Untersuchung ergab, dass die Frau fast sofort starb und nach ihrem Verschwinden keine acht Stunden mehr lebte. Nach diesen Ereignissen trat ein weiteres ein, das den Fall in unglaublicher Weise erschütterte. Bernardo Montoya änderte seine Version der Ereignisse radikal. Er sagte nun, dass er nur Lauras Leiche transportiert habe und dass die wahre Täterin eine Frau namens Josefa sei, eine ehemalige Bernardos Freundin, die er im Gefängnis kennengelernt hatte. Der Anwalt des Mannes erklärte den Behörden, dass sein Mandant aus Liebe gelogen habe, dass er damals von seiner Ex-Partnerin um Hilfe gebeten worden sei, dass er sie geliebt habe und nicht bei klarem Verstand gewesen sei, weil er unter dem Einfluss illegaler Substanzen gestanden habe und deshalb auf alles eingegangen sei, was sie verlangt habe. Um der Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen, soll Bernardo den Ort angegeben haben, an dem sich die Mordwaffe befand. An diesem Ort, ganz in der Nähe des Fundorts von Lauras Leiche, befand sich nach Angaben des Mannes ein Hammer, mit dem Josefa die junge Lehrerin angeblich erschlagen hat. Die Polizei führte jedoch eine Durchsuchung durch und fand nichts. Sie riefen auch Josefa als Zeugin vor, aber sie erschien nicht, woraufhin sie sofort einen Haftbefehl beantragten. Im Laufe der Zeit wurde dieser Ermittlungsansatz jedoch fallen gelassen, da Josefa wieder auftauchte, ein wasserdichtes Alibi hatte und es außerdem nichts gab, was sie direkt mit dem Mord an Laura in Verbindung bringen konnte. Auf jeden Fall erklärte diese Version von Bernardo nicht, warum Lauras Leiche Anzeichen einer Vergewaltigung aufwies und warum seine DNA an ihr gefunden wurde. Erst als das Datum des Prozesses feststand, einigten sich die Angehörigen des Opfers und Bernardos Verteidigung darauf, dass alles hinter verschlossenen Türen und ohne die Anwesenheit der Medien stattfinden sollte. Während des Prozesses hielt die Verteidigung weiterhin daran fest, dass Josefa die Täterin war. Um den Vorwurf der Vergewaltigung zu entkräften, legte sie außerdem die Ergebnisse einer medizinischen Untersuchung vor, wonach der Angeklagte impotent war. Nach Ansicht der Verteidigung macht ihn ein solcher Zustand nicht der Vergewaltigung schuldig. Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin eine Chronologie der Ereignisse vor, nach der sich an diesem Tag Folgendes ereignete. Auch an diesem Tag wurde Laura von ihrem Nachbarn Bernardo konfrontiert, aber dieses Mal war es anders. Der Mann nutzte die Abgelegenheit des Ortes und die Dunkelheit der Nacht, um Laura mit Hilfe eines Metallgegenstandes zu erschrecken und sie zu zwingen, sein Haus zu betreten. Dort angekommen, versuchte die Frau sich zu wehren und schlug ihm hart auf den Kiefer. Wegen dieses Schlags musste Bernardo ein paar Tage später ins Krankenhaus gehen. Aus Angst, Laura könnte weglaufen, fesselte der Mann ihre Hände hinter ihrem Rücken. Dann zog er ihr die Kleider aus und vergewaltigte sie. Nach dieser abscheulichen Tat versetzte der Mann ihr mehrere schwere Schläge gegen den Kopf, an denen die junge Lehrerin starb. Aus diesem Grund entdeckten die Behörden Blutspuren in Bernardos Wohnung. Kurz darauf nahm der Mann sein Auto, öffnete den Kofferraum und legte Lauras Leiche hinein. Er deckte sie mit einer Decke zu und setzte sich ans Steuer. Der Mann fuhr dann zu dem Ort, an dem die Leiche der Frau später gefunden wurde, holte sie aus dem Kofferraum und ließ sie dort liegen. Anschließend nahm er ihre Kleidung, die er ebenfalls mitgebracht hatte, und legte sie einige Meter von der Leiche entfernt ab. Dies geschah, um die Behörden zu verwirren. Bernardo wollte, dass die Leute glauben, der Mord und die Vergewaltigung seien dort geschehen und dass die Beamten gar nicht erst auf die Idee kämen, sein Haus zu durchsuchen. Dann nahm er Lauras andere Habseligkeiten, die er ebenfalls mit dem Auto gebracht hatte, und warf sie in die Mülltonne. Als Bernardo ins Haus zurückkehrte, räumte er auf, so gut er konnte, und entfernte die auffälligsten Flecken. Einige Stunden später nahm er Lauras Handy und kehrte zum Auto zurück. Er fuhr zu einer Stelle, die völlig entgegengesetzt zu der Stelle lag, an der er die Leiche der Frau abgelegt hatte, und warf das Telefon dort ab. Er war es, der das Handy um 9 Uhr abends ausschaltete. Dabei dachte er, dass die Behörden ihn nicht verdächtigen würden, aber da hat er sich wohl getäuscht. Am 19. November 2021 befanden die Geschworenen Bernardo Montoya einstimmig wegen Mordes, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung für schuldig. Am 10. Dezember desselben Jahres verurteilte das Provinzgericht von Huelva Bernardo Montoya zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und weiteren 17,5 Jahren wegen Freiheitsberaubung in Verbindung mit einem Sexualdelikt. Außerdem wurde er zur Zahlung von 400.000 Euro Entschädigung an die Eltern und Schwestern des Opfers verurteilt. Am 20. März 2020 in der Stadt Albufeira, Portugal, traf der 20-jährige Diogo Goncalves eine junge Frau, in das er total verliebt war. Der junge Mann hatte jedoch keine Ahnung, wie dieser romantische Abend enden würde. Der schöne Ferienort Albufeira ist einer der meistbesuchten Orte in der Region Algarve im Süden Portugals. Dort wurde im Jahr 1999 Diogo Goncalves geboren, ein Einzelkind in einer armen, aber hart arbeitenden Familie, deren Einkommen hauptsächlich vom Tourismus abhing. Diogos Eltern bezeichneten ihn als einen guten Sohn, Diejenigen, die ihn kannten, beschrieben ihn als anständigen, verantwortungsbewussten, fleißigen und zuverlässigen, aber auch sehr aufgeschlossenen jungen Mann, der es liebte, von Freunden und Familie umgeben zu sein. Diogo besuchte das Gymnasium in seiner Heimatstadt und begann nach dem Abschluss eine Ausbildung der Computerwissenschaften. Um seine Ausbildung zu finanzieren und den Haushalt zu bestreiten, nahm er 2015, als er erst 16 Jahre alt war, einen Job bei McDonalds an. Als er 17 Jahre alt war und immer noch für das berühmte Unternehmen arbeitete, nahm sein Leben eine unerwartete und tragische Wendung. Eines Tages brach sein Vater aufgrund eines Schlaganfalls zusammen, der ihn Medienberichten zufolge in einen vegetativen Zustand versetzte. Im selben Jahr, als Diogo und seine Mutter gerade versuchten, mit der schwierigen Lage seines Vaters zurechtzukommen, ereilte den jungen Mann ein weiterer Rückschlag. Seine Mutter, eine Frau, die ihn immer dabei unterstützt hatte, zu lernen und sich zu entwickeln, wurde auf dem Weg zur Arbeit in dem Einkaufszentrum, in dem sie als Reinigungskraft arbeitete, von einem Auto angefahren. Das Auto schleifte die Frau einige Meter weit und sie stürzte in einen Graben, wo sie an ihren schweren Verletzungen starb. Obwohl der Fahrer vom Tatort floh, gelang es der Polizei, ihn zu identifizieren und er wurde vor Gericht gestellt. Während Diogo auf die Verurteilung des für den Tod seiner Mutter verantwortlichen Täters wartete, musste sein Vater in eine medizinische Einrichtung gebracht werden, wo er betreut wurde. Seine Tante mütterlicherseits, die sich Sorgen um die Situation des jungen Mannes machte, bot ihm an, bei ihr einzuziehen. Es kam jedoch zu einer ernsthaften Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden und nach einigen Wochen wurde ein Zusammenleben unmöglich. Diogo erzählte einem Freund von seiner Situation und seine Eltern boten ihm ein Zimmer in ihrem Haus im Viertel Algos an, das ebenfalls in Le Havre liegt. Durch die Nähe zu den Verwandten seines Freundes fühlte sich Diogo zu dieser Zeit wie zu Hause. Trotz seines jungen Alters zeigte Diogo dank seiner Geduld und seines Optimismus eine große Fähigkeit, schwierige Situationen zu bewältigen und zu überwinden. Im Jahr 2017, im Alter von 18 Jahren, machte Diogo seinen Abschluss in Computertechnik und schaffte es, ein sechsmonatiges Praktikum in der Villa Vita Park, einem führenden Fünf-Sterne-Touristenhotel, zu absolvieren. Seine Arbeit beeindruckte die Manager, die ihm für das Jahr 2018 eine Stelle als IT-Techniker anboten. Diogo beschloss, die Stelle anzunehmen und kündigte seinen Job bei der Fastfood-Restaurantkette, wo er fast drei Jahre lang arbeitete und die Rolle des Abteilungsleiters erreichte. Für ihn begann ein neuer Lebensabschnitt, in dem er sich eine Zukunft voller Möglichkeiten ausmalte, die ihm nach den harten Zeiten, die er durchgemacht hatte, helfen würden, weiterzukommen. Nachdem er eine Weile in der Firma gearbeitet und an bessere Zeiten gedacht hatte, beschloss er sogar, sich ein Auto zu kaufen. Diogo verstand sich sehr gut mit seinen Kollegen, unter denen eine junge Frau seine besondere Aufmerksamkeit erregte. Es handelte sich um Maria Malveiro, eine 19-jährige junge Frau, die als Sicherheitskraft in dem Hotel arbeitete. Auch Maria stammte aus einer bescheidenen Familie und wie Diogo hatte auch sie mit schwierigen Situationen zu kämpfen. Ihre Mutter hatte psychische Probleme und ihr Vater hatte die Familie verlassen, als sie noch sehr jung war. Und sie hatte keinen Kontakt zu ihm. Die junge Frau, die im Sicherheitsdienst arbeitete, interessierte sich für Kampfsportarten und trainierte Karate. Maria wollte Polizeibeamtin werden, doch als sie sich an der Akademie bewarb, wurde sie wegen ihrer Tätowierung nicht angenommen. Diese Enttäuschung veranlasste sie, sich bei der Firma Sigur Info anzumelden, die Sicherheitskräfte in verschiedenen Bereichen der privaten Sicherheit ausbildet. Diogo mochte Maria und machte ihr das von Anfang an klar, aber sie erwiderte das nicht und behandelte ihn kalt. Fabio Acosta, ein guter Freund von Diogo, behauptete, dass der junge Mann total in Maria verliebt war. Ihm zufolge war er so besessen von ihr, dass er ein attraktives Jobangebot bei der Sheraton Hotelkette in Lissabon ablehnte, weil er sich nicht von ihr trennen wollte. Außerdem brachte er ihr, wenn sie Dienst hatte, das Abendessen oder Mittagessen. Mit der Zeit wurden sie unzertrennlich und andere hielten die jungen Leute für ein Paar. Es gab jedoch keine romantische Beziehung zwischen den beiden. Maria sagte Diogo, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollte, da sie gerade eine belastende Beziehung mit einem Marineoffizier beendet hatte. Aber gleichzeitig machte sie ihm falsche Hoffnungen. Diogo gab die Hoffnung auf eine Zukunft mit ihr nie auf und suchte nach Möglichkeiten, ihr nahe zu sein und ihr auf verschiedene Weise zu gefallen. Eines Tages erlebte er eine große Enttäuschung, als er in den sozialen Medien ein Video entdeckte, in dem Maria eine andere Frau auf den Mund küsst. Diogo war wütend, da er dachte, sie hätte ihm sagen sollen, dass sie keine Männer mag und dass dies der Grund war, warum sie nie zusammen sein würden. Fabio, Diogos bester Freund, versuchte ihn zu beruhigen, indem er sagte, dass Frauen das oft tun, aber er war nicht überzeugt und bestand darauf, dass sie ihn angelogen hatte und dies der Grund für ihre Absage war. Trotz dieser Enttäuschung blieben Diogo und Maria Freunde und sie nahm weiterhin seine Geschenke und Einladungen zu gemeinsamen Treffen an. Mehrmals versuchte er, sie nach Hause zu begleiten, aber sie sagte ihm immer, dass ihre Mitbewohnerin einen eifersüchtigen Freund habe und sie keinen anderen Mann in ihre Wohnung lassen wolle. Die Zeit verging und im Dezember 2019 wurde Diogo mitgeteilt, dass er endlich eine Entschädigung für den Tod seiner Mutter erhalten würde, der drei Jahre zuvor eingetreten war. Nach der Zahlung von insgesamt 70.000 Euro beschloss der junge Mann, ein Haus zu kaufen, um nicht länger Miete zahlen zu müssen. Diogo teilte die frohe Botschaft seiner Freundin Maria mit, die einige Wochen später ihren Job im Hotel kündigte. Sie gab an, dass sie die Bemerkungen ihrer Arbeitskollegen über die angebliche Beziehung zwischen ihr und Diogo nicht länger ertragen konnte und rechtfertigte sich damit, dass sie mehr Zeit mit ihrer Mutter verbringen wollte, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung viel Aufmerksamkeit benötigte. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Grund, an ihren Worten zu zweifeln. Die späteren Ereignisse lassen jedoch vermuten, dass ihre Entscheidung, das Hotel zu verlassen, von düsteren Motiven geleitet war. An dieser Stelle kommt die dritte Figur der Geschichte ins Spiel, die 23-jährige Mariana Fonseca. Sie arbeitete als Krankenschwester in einem Krankenhaus. Sie hatte eine feste Beziehung mit Maria. Die jungen Frauen lebten zusammen im Haus von Marianas Eltern, da sie finanziell noch nicht so weit waren, ein eigenes Haus leisten zu können, indem sie ihre Beziehung genießen konnten. In dieser Situation befand sich Maria, als sie von der großen Geldsumme erfuhr, die Diogo erhalten würde. Seltsamerweise begann die Frau von diesem Moment an, sich ihrem Freund zu nähern. Alles deutet darauf hin, dass Maria die Informationen mit Mariana geteilt hat und sie gemeinsam beschlossen haben, den jungen Mann zu täuschen, um sich Zugang zu seinem Bankkonto zu verschaffen und das als Entschädigung erhaltene Geld zu stehlen. Eines Tages, nach wiederholten Absagen, sagte Maria zu Diogo, dass sie einen romantischen Abend mit ihm verbringen wolle. Das war ein echtes Geschenk für den 20-Jährigen, der seinen Ohren nicht trauen konnte. Nachdem er so lange gewartet hatte, erregte ihn der Gedanke, in der Nähe seiner großen Liebe zu sein. Das Treffen wurde für Freitagabend, den 20. März 2020, festgesetzt. Diogo war überglücklich und dachte nicht daran, was die Frau veranlasst hatte, ihre Meinung so plötzlich zu ändern. Obwohl Maria und Mariana unterschiedliche Versionen der Geschehnisse an diesem Tag erzählten, werde ich im Weiteren die Fakten nach Medienberichten wiedergeben, die auf offiziellen Informationen beruhen. Als Diogo ankam, bot Maria ihm Orangensaft an, den sie selbst mitgebracht hatte. Das Getränk enthielt jedoch eine unerwartete Zutat. Drei Ampullen Diazepam, ein Mittel für das zentrale Nervensystem mit angstlösender und beruhigender Wirkung. Berichten zufolge schlug Mariana die Verwendung dieser Substanz vor, die sie aus dem Krankenhaus, in dem sie arbeitete, gestohlen hatte. Der Plan der beiden war es, Diogo in Schlaf zu versetzen, sich Zugang zu seinen Bankdaten zu verschaffen und mit seinen Fingern das Handy zu entsperren. Mariana wartete berichten zufolge in einem Auto vor dem Haus, während ihre Freundin den Plan ausführte. Sie schrieb Maria sogar ein paar Mal eine SMS, um zu erfahren, ob die Droge gewirkt hatte. Denn es dauerte länger, als sie erwartet hatte. Im Haus wurde die Situation immer angespannter. Diogo begriff nicht, was los war und wurde nervös. Maria versuchte dann angeblich, ihn zu beruhigen, indem sie ihm einen erotischen Tanz versprach, aber zuerst musste sie ihn an einen Tisch fesseln. Nachdem er einige Minuten in dieser Position verbracht hatte, geriet Diogo in Panik und bat Maria, ihn freizulassen. Aber sie wurde aggressiv und sie begannen zu kämpfen. Mit ihrer Erfahrung im Kampfsport brachte sie Diogo unter Kontrolle, warf ihn zu Boden und schlang ihre Arme um seinen Hals, sodass er nicht mehr atmen konnte. Nach Marianas eigenen Angaben forderte Maria sie später auf, in die Wohnung zu gehen, und als sie dies tat, fand sie Diogo auf dem Boden. Sie fragte Maria, was passiert sei, und warf ihr vor, sie habe den Plan, seine Schlüssel zu stehlen und das Geld zu nehmen, nicht eingehalten. Als die Krankenschwester sah, dass Diogo nicht ansprechbar war, führte sie Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Als er jedoch aufwachte, war er sehr aufgeregt und versuchte, Marianne anzugreifen. Vielleicht erkannte er in dieser Sekunde, als er eine andere Frau sah, dass eine Art Verschwörung gegen ihn im Gange war und versuchte, sich zu verteidigen. Angesichts von Diogos Reaktion gegen die Freundin übernahm Maria die Kontrolle über den jungen Mann, indem sie ihn von hinten packte, zu Boden warf und ihm erneut den Hals zudrückte. Diogos Leben wurde durch die Hand der Frau, die er liebte, beendet. Seine Leiche wurde im Wohnzimmer des Hauses liegen gelassen. Maria und Mariana begannen sofort mit ihrem geplanten Raubüberfall. Zunächst schnitten sie ihm Daumen und Zeigefinger ab, um sein Telefon zu entsperren, sich in eine mobile Zahlungs-App einzuloggen und Geld zu überweisen. Dies geschah über mehrere Tage hinweg, da es für diese Art von Transaktionen Tageshöchstgrenzen gab. Zur Zeit der Tat hatte Homeoffice gerade erst begonnen, da die Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie gerade in Kraft getreten waren. Da der junge Mann am nächsten Tag zur Arbeit gehen sollte, versuchten die Frauen zu verhindern, dass seine Kollegen sein Fehlen bemerkten, nach ihm suchten und ihn als vermisst meldeten. Einer von Diogos IT-Kollegen erhielt eine Nachricht von seiner Nummer, in der er mitteilte, dass er am Samstag nicht zur Arbeit gehen könne und eine Vertretung brauche. Doch die Nachricht hatte auf den jungen Mann die gleiche Wirkung wie eine unangekündigte Abwesenheit. Diogo mochte es nicht, von einem Tag auf den anderen die Schicht zu wechseln, daher kam ihm diese Bitte sehr seltsam vor. Also fragte er ihn, ob alles in Ordnung sei, und erhielt ein Ja als Antwort. Die Unterhaltung mit diesem Hotelangestellten und anderen Diogo nahestehenden dauerte den ganzen Freitag und einen Teil des Samstags an. Doch die seltsamen Nachrichten sahen immer weniger nach der Person aus, von der sie angeblich stammten. Einer der Empfänger dieser Nachrichten war Diogos Chef. In einer von ihnen hieß es, dass er nicht zur Arbeit zurückkehren würde, weil er eine Frau aus Frankreich kennengelernt hatte und mit ihr zusammenziehen würde. Dem Chef kam diese Geschichte seltsam vor, denn Diogo war ein sehr verantwortungsbewusster Mensch und würde seine Arbeit niemals so schnell verlassen. Auf der Suche nach einer Antwort begann er den Mann anzurufen, aber er ging nicht ran. Dann erhielt er eine weitere Nachricht, dass er nicht in der Lage sei, zu telefonieren. Diogos Chef antwortete, er könne sich nur beruhigen, wenn sie miteinander reden könnten. Er wollte seine Stimme hören und seine Erklärung für das, was mit ihm geschah. Die Reaktion der Verwandten des Opfers auf die Nachrichten, die Maria und Mariana ihnen schickten und in denen sie vorgaben, Diogo zu sein, überzeugte die Frauen, ihre Strategie zu ändern, um das plötzliche Verschwinden des Mannes zu rechtfertigen. Sie beschlossen, es so aussehen zu lassen, als hätte Diogo beschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen und planten, seine Leiche zu zerstückeln und sie dann zu entsorgen. Maria sagte später, sie hätten sich von der Fernsehserie Dexter inspirieren lassen, in der es um einen Gerichtsmediziner geht, der Verbrechern das Leben nimmt, die der Justiz entkommen sind und die Spuren seiner eigenen Verbrechen beseitigt, indem er seine Opfer zerstückelt. Nachdem sie den Plan vollständig durchdacht hatten, stopften sie Diogos Leiche in einen Müllsack im Kofferraum ihres Autos, gingen zu einem Geldautomaten und zum Einkaufen in ein Einkaufszentrum, wo sie von Überwachungskameras beim Umarmen und Lachen gefilmt wurden. Anschließend fuhren sie zu ihrem Haus und begannen, die Leiche ihres Opfers zu zerstückeln. Schließlich steckte die Frau den Oberkörper von Diogo in einen schwarzen Sack und legte die restlichen Teile in einen Container. Während all dies im Haus von Marianas Eltern geschah, gaben die Freunde von Diogo eine Suchmeldung auf und kontaktierten die Behörden, die die vorgeschriebenen 48 Stunden abwarteten, um ihn als vermisst zu melden. Daraufhin verließen die Frauen das Haus. Maria stieg in Diogos Auto und fuhr zu den Klippen in der Nähe des Leuchtturms von Cabo de San Vincente, so Grezi. Sie wurde von Mariana gefolgt, die mit ihrem Auto fuhr. Um etwa 14 Uhr desselben Tages warf Mariana den Oberkörper von Diogo von der Klippe. Anschließend ließ sie das Auto des Opfers in der Nähe stehen. Sie dachten, dass sie auf diese Weise so tun könnten, als hätte sich der junge Mann aus freiem Willen in die Tiefe gestürzt. Maria bemerkte nicht, dass die Überreste nicht ins Meer fielen, sondern an einem Felsen hängen blieben. Die beiden Frauen fuhren gemeinsam mit Marianas Auto los. Sie fuhren sieben Kilometer in etwa zwölf Minuten zum Wasserfall Inferno do Pego in der Stadt Tavira, wo sie die restlichen Überreste von Diogo ins Wasser warfen. Kurz darauf wurde das Auto des jungen Mannes auf einem Parkplatz in der Nähe des Leuchtturms Cabo de San Vincente gefunden. Dem Zeitungsbericht zufolge wurden in dem Auto zwei Laptops gefunden. Die Kriminalpolizei wurde an den Tatort gerufen. Bei einer Suchaktion wurde der Oberkörper eines jungen Mannes gefunden, der teilweise von einem schwarzen Müllsack bedeckt war. Zur gleichen Zeit entdeckte ein französisches Ehepaar an einem anderen Ort an der Küste, nämlich in Inferno do Pego mit Entsetzen den Kopf des Mannes. Die Hände und Füße von Diogo wurden nach einer intensiven Suche durch Polizeibeamte gefunden. Die Ermittler, die sich des Falles annahmen, fanden die Umstände des Todes des Opfers merkwürdig. Insbesondere, da er nach den Informationen, die sie über ihn gesammelt hatten, ein ruhiger Mann war, der keinen Kontakt zu Menschen mit zweifelhaftem Ruf hatte. Die Polizei setzte die Ermittlungen fort und fand bald heraus, dass Diogo eine hohe Entschädigung für den Tod seiner Mutter erhalten hatte. Nachdem die Ermittler die Geldtransfers zurückverfolgt hatten, stellten sie fest, dass ein erheblicher Geldbetrag von Diogos Konto auf Marias Konto überwiesen worden war. Logischerweise bestand der nächste Schritt der Ermittler darin, Maria zu finden, um zu klären, warum das Geld des Mannes ihr überwiesen wurde. Die Frau versuchte dann, die Polizei davon zu überzeugen, dass sie den jungen Mann getötet hatte, weil er sie missbrauchen wollte. Tatsächlich behauptete sie, dies sei der Grund gewesen, warum sie das Hotel vor dem Vorfall verlassen habe. Eine Überprüfung der Textnachrichten zwischen dem Opfer und Maria ergab jedoch, dass dies entgegen den Behauptungen der Frau nicht der Fall war. Sie und Diogo kamen sich näher, nachdem Maria ihre Arbeit aufgab. Beim ersten Treffen mit den Beamten gab die Frau an, dass sie allein für die Planung und Ausführung der Handlungen verantwortlich war, die zu dem Tod führten. Maria betonte, dass Mariana nichts mit dem Verbrechen zu tun hatte, doch Marianas Version der Ereignisse widersprach den Behauptungen ihrer Partnerin. Die Krankenschwester erklärte, Maria habe ihr gesagt, dass sie das Geld des Mannes stehlen wollte, aber nicht die Absicht hatte, ihn zu töten. Sie erklärte, dass sie ihn leiden lassen wollte, um ihn zu zwingen, das Passwort seines Bankkontos herauszugeben. Die von den Ermittlern gesammelten Beweise erwiesen sich als ausreichend, um die beiden Frauen zu verurteilen. Die Ermittler waren im Besitz von Telefonaufzeichnungen, dem Handy des Verstorbenen und einem Überwachungsvideo des Geldautomaten. Maria und Mariana wurden am 1. April 2020 verhaftet und im Juni desselben Jahres vor Gericht gestellt. Der Richter folgte genau der Chronologie der Ereignisse, die von Maria erzählt wurde, die darauf bestand, ihre Schuld einzugestehen, und jegliche Beteiligung von Mariana abstritt. Ihrer Version zufolge hatte Diogos Leiche zwei Tage lang im Koffer eines in der Garage des Hauses geparkten Autos gelegen, und dort waren seine Leiche zerstückelt worden, wobei die Stunden genutzt wurden, in denen Marianas Familie schlief. Nachdem der Richter Marianas ausführliche Schilderung des Schehens gehört hatte, fragte er mehrmals, wo Mariana zu dieser Zeit gewesen sei. Als die Leiche mit chirurgischer Präzision an den Gelenken zerstückelt wurde, richteten sich alle Augen im Gerichtssaal auf die Krankenschwester. Mariana kam allen Fragen zuvor und sagte, da jeder wisse, dass sie im Krankenhaus arbeite, glaube man, dass sie diejenige sei, die die Leiche zerstückelt habe. Dann erklärte sie, dass es genüge, das Internet zu benutzen, um die Angelegenheit zu untersuchen. Der Richter verhängte gegen beide eine Freiheitsstrafe mit der Begründung, es handele sich um eine schwere Straftat im Rahmen der Rechtsordnung, die kaltblütig, berechnend, rücksichtslos und absolut brutal begangen worden sei. Einige Monate später, am 24. Februar 2021, begann der Prozess gegen die Angeklagte. Bei ihrer Aussage in der Gerichtsverhandlung am 26. Februar 2021 bestätigte Maria, dass sie sich ursprünglich an Diogo für den angeblichen Gewaltversuch rächen wollte, aber nicht die Absicht hatte, ihn zu töten. Die Angeklagte gab zu, dass es ihre Absicht war, das Opfer zu demütigen, und bestätigte, dass ihre Freundin keine Beziehung zu dem jungen Mann hatte, und dass sie nichts von dem angeblichen Gewaltversuch wusste. Maria argumentierte auch, dass es ihr nicht um Entschädigung gegangen sei. Die Frauen erschienen gemeinsam vor Gericht, sahen sich aber während der gesamten Verhandlung nicht an. Es wurde behauptet, dass sie nach ihrer Verhaftung und dem anschließenden Gefängnisaufenthalt beschlossen hätten, ihre Beziehung zu beenden. Während des Prozesses sagten mehrere Zeugen aus, darunter auch die Gerichtsmedizinerin Teresa Costa. Die Expertin erklärte, dass die in Diogos Blut gefundene Diazepam-Menge deutlich geringer war als die erwartete Menge der drei Ampullen, was darauf hindeuten könnte, dass Diogo nicht die angegebene Dosis eingenommen hatte oder sie viele Stunden vor seinem Tod eingenommen hatte. Am 27. April 2021 verkündete das Gericht sein Urteil. Maria wurde des vorsätzlichen Mordes, der Beihilfe zur Schändung einer Leiche, des Raubes, des Betrugs, des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs geschuldig befunden. Sie wurde zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt. Außerdem wurde sie verurteilt, dem Vater von Diogo 265.000 Euro Schadenersatz zu zahlen. Marianna wurde vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, aber der Leichenschändung und der Beihilfe zum Betrug für schuldig befunden, wofür sie zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Sie wurde jedoch freigelassen, da keine der Straftaten, derer sie für schuldig befunden wurde, eine Untersuchungshaft vorsah, zumindest nicht bis zur endgültigen Verurteilung. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Marianas Versuch, Diogo wieder zu beleben, ein Beweis dafür war, dass sie nicht beabsichtigte, ihn zu töten. Bei seinem Urteil berücksichtigte der Richter das anfängliche Eingeständnis von Mariana, dass sie die volle Verantwortung für ihre Taten trägt. Dieses Urteil wurde von den Portugiesen nicht akzeptiert, die Mariana für das abscheuliche Verbrechen an Diogo ebenso schuldig hielten wie Maria. Nach der Urteilsverkündung verließ Marianna das Gericht durch den Hintereingang, wo ihr Vater, der bei allen Anhörungen anwesend war, auf sie wartete. Keiner der beiden gab gegenüber der Presse eine Erklärung ab. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Danke fürs Zuschauen, sodass man sich alle